So, hi, wir übernehmen ab hier. Wir wollten euch jetzt mal einen schnellen Guide geben zum Vision Setup. Das ist das erste Segment, was so ein bisschen tiefer eingehen wird in die Materie. Vor allen Dingen über Vision, das ist super wichtig auf dem höchsten Level. Wir können direkt mal in die nächste Slide gehen, wir jumpen direkt mal rein. Wir jumpen rein, genau. Was schauen wir uns heute an? Wir gehen über das Early Game. Wie wichtig ist das wirklich? Auch ab Level 1 schon kann man super viel rausspielen. Auch Sweeper, wann sollte man das unbedingt machen? Wie sollte man Richtung Topside pathen? Ganz viele unterschiedliche Usages davon. Und halt auch einfach Basic Warding Setups, die man einfach nur auswendig lernen muss. Nächste Slide. Bevor wir da jetzt weitermachen, so sieht bei uns auch generell ähnlich eine Slide aus, die wir mit einem Talent in der EPF machen, damit die einfach mal so ein bisschen Insight hat. So würde das aussehen, das haben wir jetzt nicht nur für den Broadcaster zu, sondern so schaut das auch bei uns tatsächlich aus. Ich gebe an dich einfach jetzt mal weiter. Genau, wir sehen hier eine Situation, wenn wir die linke Seite einmal abspielen. Dieses Wort hier wird vor allem dann benutzt, wenn man die Gegner scouten will, Level 1. Hier ist es wichtig, wenn man weiß, wo startet der gegnerische Jungler, leasht die gegnerische Botlane. Man will wissen, wo der Jungler startet. Man kann aber nicht aggressive reingehen. Wir sehen ja hier, die haben Ash und Zyra. Und spielen die für ein Level 1. Früher war es auch üblich, dass der gegnerische Jungler Red startet und dann Richtung Bot-Side pathet und direkt Level 2 im Bot-Gank landet. Das war eigentlich alles. Die gesamten Präsentationen sind immer so gestructured, man kann sich die Clips anschauen. Es ist aber viel wichtiger, dass man auch eine Kurzversion hat auf der rechten Seite und man erklärt dazu. Wir können direkt auf die nächste Slide gehen. Hier eine etwas andere Situation, diesmal von Fnatic, das hier war aus einer Tournament-Situation gegen Schalke. Der eine oder andere wird sich daran erinnern, hier kann man mit Sweeper extrem viel Pressure auf Bot-Side generieren. Ich denke, da kannst du noch ein bisschen mehr zu sagen. Was hier passiert, Tilly hat Red Sweeper dabei und zerstört hier die Trinket Ward auf der Bot-Side. Wenn wir jetzt kurz weitermachen, dann sehen wir auch, warum er das eigentlich macht. in dieser Situation. Und zwar die gegnerische... Ja, wir können da gerne abspielen. Ah, hm. Müssen wir ein bisschen vorspielen? Okay, aus irgendeinem Grund hat sich da der Clip verabschiedet. Kann ja mal passieren. Auf jeden Fall, was in dieser In-Game-Szene gewesen ist. Da wollte der Gragas die gegnerische Bot-Lane pressern. Ich weiß jetzt nicht, ob wir... Ich sehe leider die Szene nicht mehr, sonst könnte ich darauf weiter eingehen. Man möchte hier die Ward zerstören, man möchte eben Level-2 ganken, weil Hillys sagen, Reckless werden nun mal eingepusht. Die haben hier einen Melee-Supporter auf Pyke. Die Enemies haben einen Rage-Supporter. Und dadurch bekommt die Level-2 zuerst, weil Pyke einfach Melee ist, wird da eingepusht. Man kann das eben so umgehen, indem man da die Ward zerstört und dann der eigene Jungler von Phonetik dort Level-2 gankt, damit man dann dort wieder die Priority bekommt. Ein Clip hätte dann mal sehen können, wie man die auseinander nimmt, aber leider haben wir gerade die Szene nicht. Ich glaube, jetzt können wir es gleich mal sehen. Also wir sehen hier, so wie du es gerade schön gesagt hast, das Problem ist hier, wenn man Zaya fresh gedraftet hat, dann muss man halt um die Bot-Lane early spielen. Das kannst du nicht mehr machen, wenn du keine Vision mehr hast. Du kannst nicht mehr nach vorne gehen. Genau, weil was sie hier machen möchten, ist, der Lee Sin möchte den Red nehmen und dann die Bot-Lane Level-2 ganken hier und deswegen ist da der Pyke hingegangen. Der Hilli-Sung hat die Ward zerstört und dadurch, dass hier Schalke keine Vision mehr hat, kann hier der Lee Sin für den Gank gehen und dort hat die gegnerische Bot-Lane dann Pressure. Wir werden auch gleich sehen, dass das ziemlich gut pay-offt. Als nächster Fehler wäre dann, also die Hook landet leider nicht von Pyke. Was heißt leider? Ja, also im nächsten Schritt hat dann Trick einen großen Fehler gemacht. Er ist einfach zum Blue gegangen, hat den Blue gestartet. Er müsste da handshaken, müsste wissen, die können auf Bot-Seite nicht gewinnen aufgrund von dem Level-Defizit. Man muss dann einfach die Map traden, auf der anderen Seite pathen. Was jetzt Broxer hier macht, wäre normal nie gegangen, wenn die Ward dann auch wäre. Generell, es würde niemals funktionieren und dadurch, dass da jetzt keine Vision mehr ist, kann der Lee Sin da rangehen und die Bot dann hier wegschießen. Man sieht das hier jetzt gleich sehr schön. Das sind eben die ganz kleinen Details, die oft dem Viewer bei den Worlds zum Beispiel gar nicht auffallen, wo dann zum Beispiel Analysten ins Spiel reinkommen, die auf so etwas achten. Man hat so hier Bot-Lane ganken können, jetzt bekommt plötzlich Fanatic die Bot-Lane-Priority. So kann jetzt Broxer für den Invade hier gehen, auf Trick, zusammen mit dem Pyke. Das ist halt super nice. Und das darf einfach nicht passieren. Also das ist so eine Situation, die entscheidet das ganze Spiel. Und danach, ja, das Game war ziemlich over danach. Okay, wir können direkt auf die nächste Slide gehen. Das war es eigentlich schon mit dieser Situation. Also nur, um mal zu zeigen, wie wichtig Sweeper sein kann. Hier jetzt auf der anderen Seite, Fanatic hat das auch gerne gemacht auf Topside, um zu scouten. Wir haben das gerade schon gesehen, hat Pony auch Level 1 gemacht. Du willst wissen, wo der gegnerische Jungler startet und du weißt, du kannst Level 1 reingehen, weil du unter anderem Range Advantage hast, so wie hier als GP. Oder du kannst ihn traden oder kommst easy raus, wenn du E hast auf Kamill. So kannst du gut Informationen sammeln. Hier müssen wir gar nicht mal den Clip abspielen. Er hilft auch nicht nur dir als Top-Laner, sondern hilft dem gesamten Team. Genau. Wir können eigentlich direkt in die nächste Slide gehen. Passt. Das ist nur zum Informationen sammeln. Jetzt haben wir das erste Setup, was eigentlich wichtiger ist, um den Second Clear zu scouten. Wir wissen ja, als Jungler startet man immer auf einer gewissen Seite. Dann weiß man auch, wo der Jungler startet, aufgrund des Leashes und so. Ja, weil die Camps da respawn, meinst du jetzt. Genau. Warum geht man jetzt hin als Jungler und fängt an zu tracken? Erstmal grundsätzlich willst du callen, hey, die Enemy-Top-Seite, Start-Camps respawn. Der Enemy-Jungler ist dort höchstwahrscheinlich, weil der Enemy-Jungler hat keine andere Möglichkeit, irgendwo zu sein, um seine Camps zu machen. Hält ruhig schon mal den Clip ab, dann können wir das nebenbei schön sehen. Auch ruhig auf X2, also es muss gar nicht irgendwie auf Low-Speed sein. Ja, genau. Denjenigen, den wir hier verfolgen können, ist Xerxi. Der ist dafür bekannt, unglaublich gut Early-Games zu tracken. Und man sieht jetzt hier, Wippo geht jetzt Level 1-1, wie wir es gesagt haben. Mal gucken. Ich glaube, wir haben gerade einen Clip geskippt. Ich glaube auch. Wir sind gerade in einer anderen Szene. Ja, Google Slides hier, Twitch-Chat. Ich sehe schon die Twitch-Chat-Nachrichten. Okay, also ich glaube, entweder wir können in die nächste Slide gehen oder das ist eine falsche Situation hier. Okay. Ah, das ist auch was Interessantes. Ja. Also hier geht es darum, was man macht, wie man sich vorbereitet für Predator-Jungle-Pething. Das heißt erstmal, wo will man worden, wenn man weiß, der gegnerische Jungler kann einen Predator benutzen. Das heißt, diese beiden Spots, die wir hier sehen, einmal hinter dem Drake, einmal kurz vor dem Trial-Bush, weil es ist so, wenn man nur den Trial-Bush gewordet hat, ja, es dauert zu lange, dann wäre es schon zu spät. Hikarim würde Ghost benutzen zum Beispiel. Also es war damals so ein Meter. Bei der Predator-Meter, du nimmst drei Camps, du clearst eine Seite des Jungles, damit du genug Gold hast für deine Boots, gehst direkt resetten, brauchst du deine Schuhe und gehst dann direkt für den Gang. Und da sind eben wichtig, dass du dann da Minute drei, drei dreißig deine Worts dann hast, um einfach diese Gangs dann zu spotten. Genau. Ist jetzt ein bisschen in Vergessenheit geraten. Viele Jungler benutzen gar nicht mehr Predator. Von daher, das ist noch so ein bisschen. Von der alten Meta. Genau. Unter anderem aber auch für Situationen, wenn sowas wieder zurückkommt, also ist es natürlich ein leichtes, dann sowas wieder zu lernen, weil man es einfach wieder ready hat. Wir können direkt in die nächste Slide gehen. Okay. Hier haben wir jetzt so eine Situation, das kommt von NA, aber trotzdem etwas, was halt unglaublich wichtig sein kann. Also wenn man hier vorher schon weiß, die Trinkets wurden im River benutzt und Pixelbrush wurden gewartet, Gegner sind nicht zu sehen. Das hier ist so ein Rackside-Typical-Gang, den man benutzen kann mit dem Tunnel über Mitte. Man kann das auch so machen, dass man vom Camp direkt in diesen Spot rein eht vorher, dass man das prepared hat und dann halt mit dem zweiten Tunnel auf Midlane gankt. Ist halt super smart, weil so umgehst du die beiden Wards im Pixel-Busch. Meistens ist es schwerer, es zu preparen, weil das dann meistens oft gecleared wird. Aber so kann halt eine Rackside ziemlich easy rein, vor allem mit Flash oder jetzt auch mit dem neuen Item Prawler's Claw, glaube ich heißt es jetzt. Perfektes Item für Rackside, da ist immer jeder Mid-Gang ziemlich free. Also Rackside forst da immer die Mid-Lane ein bisschen anders zu warden. Hier müssen wir den Clip gar nicht abspielen. Ja, das passt, wir können direkt in die nächste Slide gehen. Genau. So, jetzt kommen die ganzen Setups, die muss man als Spieler einfach nur auswendig lernen. Also hier ist es wichtig, dass man sich wirklich die Zeit dafür nimmt. Man kann das Ganze auch ausdrucken, wie so eine Art Sheet-Sheet preparen. Geht ruhig schon mal weiter auf die nächste Slide. Da sehen wir die ersten Setups, die sind super wichtig. Level 6, wenn man einmal den ganz rechts, der ist einfach nur wichtig generell immer für Drakes. Beide Teams kämpfen darum, wenn du eine Bot-Site-Centric-Draft hast, auch wenn du einen Jungler hast, wo du weißt, du kannst die ersten zwei Drakes nehmen. So soll das Ganze aussehen. Und ja, wenn man generell halt seine Bot-Site supporten will, muss man zum Beispiel das Wort in der Mitte dieses Setup benutzen für Bot-Site-Dives. Wichtig eben hier auch bei so Drake-Setups, ist immer ganz wichtig, dass ihr so eineinhalb Minuten, eine Minute mindestens immer vorher schon resetet, damit ihr euer Gold ausgeben könnt, damit ihr einfach nochmal mehr Items habt. Aber auch für euren Supporter, hey, der hat neue Wards, ihr könnt alle Pink-Wards mitnehmen. Ihr pusht die Mitte, ihr pusht die Bot-Land für Lane-Priority und movt dann zusammen in den River und pläst dann eben so die Wards, wie sie hier gezeigt sind. Und so bekommt ihr dann immer ziemlich easy euren Dragon. Genau. Next Slide. Okay, jetzt kommen wir darum, also das hier ist auch ultra wichtig für Jungler, wie man diese Vision dann avoidet. Wie adaptet man in-game. So, und da gibt es mehrere Versionen. Die ganz links, jeder LEC-Jungler wird die kennen. Ich glaube auch auf dem höchsten Level, so EU-Masterwise, jeder kennt dieses Pathing. Man hat das auch von Amazing schon mal gesehen. Man kann über den Baron-Pit gehen, selbst wenn hier die Crap genommen wäre, würde man da trotzdem lang gehen. Es gibt da einen Vision-Bug von Baron. Warum ist das so wichtig hier? In dieser Situation meinst du jetzt, naja, wir sehen, beide Eingänge sind gewordet. Wir sehen im linken Beispiel, die Top-Site ist gewordet und die Bot-Site ist gewordet. Wenn du jetzt zum Beispiel einen Champion hast wie Jarvan oder Kindred oder Graves, wir können da einfach über den Pit dashen, an alle Jungler unter euch. Ihr könnt das so abusen, so die Vision umgehen. Auch wenn da, wie Moseting es gesagt hat, sollte da eine Krabbe sein, könnt ihr an der Kante vom Nash-Pit das einfach umgehen. Könnt dann zum Beispiel für den Invade gehen, hier links, oder dann einfach ganken. Genau. Und der Top-Laner, der Blue-Site-Top-Laner fühlt sich natürlich super safe, weil er hat ja beide Sites gewordet. Da kann ja gar nichts passieren. Meistens überrascht. Funktioniert ziemlich gut in der Solo-Cue, ja. Aber auch für Red-Sites, man kann das Ganze auch auf Bot-Site da machen, auch da ist wichtig, wenn die Plant-Up ist, ihr könnt auch die Plant benutzen. Ihr müsst nicht durch den Trial laufen, ihr könnt den Trial komplett avoiden. Diese Sachen einfach auch als Jungler. Ja, deswegen sind ja auch Champions wie Graves oft sehr stark oder auch Kindred in der richtigen Meta, weil die das einfach abusen können. Viele Tanks, Nuno zum Beispiel, der kann da nicht einfach drüber, der muss dann durch die Vision gehen. Genau, so kann man das abusen. Kann ich euch allen nur empfehlen. Next slide. Top-Site-Crap-Vision-Exploit. Genau, wir haben ja eigentlich nur nochmal einen Clip für das erste Example, einfach nur, um das nochmal in Action zu sehen, damit ihr seht, dass es wirklich funktioniert. Hier würde ich sogar raten, dass wir den Clip einmal abspielen, um es halt zu sehen. Okay. Genau, wir haben hier die Vogelperspektive. Wir sehen das Ganze aus dem Spectator heraus. Gleich werden wir sehen, dass hier Phonetic Academy ein Top-Site-Gank prepared. Ja. Die Sin jumpt mithilfe von der Plant darüber. Jetzt kommt genau das, worüber wir gesprochen haben. Ihr könnt da die Kante haken am Pit und umgeht so die Vision der Krabbe. Das wissen nämlich ganz viele Spieler nicht. Und so könnt ihr das abusen, so bekommt hier eventuell Amazing hier auf Lee Sin, eventuell hier den Mau-Kai-Kill. Auf jeden Fall schon mal einen Flash und den Kill. Meistens hilft das. Meistens kommst du dazu. Ja, es ist ziemlich nass. Okay. Ja, das war es eigentlich schon dafür. Next slide. Und ich glaube, also es ist natürlich eine Menge Theorie. Ich hoffe, ihr könnt euch davon, entweder ihr nehmt das auf oder ihr clippt das. Merkt euch das auf jeden Fall. Könnt euch ja das Replay ansehen. Genau, hier ist einfach nochmal dasselbe von der Blue-Side. Sehr wichtig, dass man ja von beiden Seiten da eine Möglichkeit für hat. Allerdings sieht man hier, also Red-Side hat eine ganz klare Advantage. Man sieht das für Top-Side einfach generell. Ja, deutlich mehr Wege. Genau. Nicht so Plant-Dependent und auch nicht so Mid-Lane-Dependent. Also normalerweise, das hier wäre zum Beispiel etwas, das geht nur mit Champions wie Nidalee, Lee Sin oder wie Graves oder Kindred. Ansonsten funktioniert das. Raust halt den Dash. Ja. Sonst dauert es auch zu lang, weil man dann eben außen und rumlaufen muss. Ja. Wir können direkt in den nächsten Slide gehen. Ja. Perfekt. Und hier nochmal ein schnelles Setup für so Drake-Fights, wenn man flanken will, wenn man so eine Teamfight-Win-Condition hat. Wir sehen ja häufiger die Situation, dass ein Top-Laner oder ein Mid-Laner sich von hinten hinter dem Drake befindet und sich eher entgegen dem Team irgendwo hinstellt, um da Pressure zu bringen. Das zeigt dann halt meistens, die Spieler können nicht in den Choke entern. Die müssen sich dann überlegen, also meistens innerhalb einer Sekunde, gehen wir jetzt über die Mid-Lane oder gehen wir durch den Choke? Meistens kauft das genauso viel Zeit, um den Drake zu beginnen und den Drake dann for free zu kriegen. Genau. Das wäre eigentlich alles dazu. Ja. Du hast alles perfekt gesagt. Da habe ich eigentlich gar nichts mehr hinzuzufügen zu deinem Slide. Könnten eigentlich auch schon wieder zu nächsten. Ich denke, das war's. Ich möchte einfach nur nochmal danken für die Aufmerksamkeit und danke, dass du mir dabei geholfen hast. Ich bedanke mich schön, dass ich hier sein durfte. Und wir geben ab ins Studio. Aufmerksamkeit. Ja. Ja.